Sechs Mythen über Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Sechs Vorurteile, die insbesondere im Internet kursieren, die aber einfach nicht richtig sind. Mit diesen Mythen möchte ich in diesem Video aufräumen und alle meine Aussagen, die ich hier tätige, sauge ich mir nicht aus den Fingern, sondern belege sie durch Einblendungen aus der aktuellen Fachliteratur. Mein Name ist Tom und ich denke, wir fangen gleich an. Mythos Nummer 1. Borderline-Liebe ist nicht echt. Borderliner faken ihre Liebe, um dich, vielleicht den Ex-Partner eines Betroffenen, seelisch für sich zu missbrauchen. Ja, das ist ein Mythos, den man immer und immer wieder hört, auch in Videos von Coaches oder Psychotherapeuten. Es ist aber absolut nicht richtig. Es ist wirklich falsch. Ja, es stimmt. Menschen mit Borderline idealisieren und entwerten ihre Partner. Das ist es, was sie auch in den Diagnosekriterien finden. Das bedeutet aber nicht, dass die Liebe, die dir vermittelt wird, in irgendeiner Weise fake wäre. Meist kommen Ex-Partner von Borderlinern auf diese Ideen, auf diese Thesen, dass das alles nur gespielt wäre, weil sie irgendwie, wenn sie im Internet recherchieren oder sich vielleicht mit ehemaligen Partnern des Borderline-Betroffenen unterhalten, hören, dass jedem, dass ihnen und den ganzen vorherigen Partnern und so weiter und so fort immer wieder gesagt wird, hey, ich habe noch nie einen Menschen so sehr geliebt wie dich und dann alle diese Partner irgendwann in die Tonne getreten wurden. Ja, das ist natürlich sehr schmerzhaft. Ich möchte dir aber sagen, dass das ausschließlich an den Idealisierungs- und Entwertungsprozessen liegt. Ja, natürlich, zuerst wirst du als Partner als das absolut Gute, als der Erlöser, der weiße Retter gesehen. Ja, und anschließend wirst du entwertet. Ja, und das ist eine Sache, die mit jedem Partner erneut passieren kann. Insbesondere dann, wenn der Borderline-Betroffene noch sehr unreflektiert ist und wenig Krankheitseinsicht hat. Und so kommt es, dass der selber vom Borderline-Betroffene bei jedem Partner tatsächlich glaubt, hey, ich habe noch niemals einen Menschen so geliebt. Ja, und meine ganzen anderen Partner, die ich hatte, die waren im Vergleich absolut nichts. Das bedeutet aber nicht, ich sage es nochmal ausdrücklich, dass diese Liebe ein Fake war. Ich habe es ja gerade schon gesagt, die Borderline-Betroffenen glauben wirklich daran. Das ist eine Sache, die mag tragisch sein. Das ist eine Sache, die ist natürlich auch traurig. Insbesondere, wenn du der vielleicht sogar verlassene, eventuell sogar betrogene Partner bist. Ich möchte dir aber auch sagen, dass du trotzdem versuchen solltest, dankbar zu sein für die schönen Momente, die du mit deinem Borderline-Partner erlebt hast. Denn erstens wird es dir nichts bringen, in Verbitterung zu versinken, dir zu denken, alles, was ich erlebt habe, war doch einen Dreck wert. Das ist ganz wichtig. Und zum anderen möchte ich dir zu bedenken geben, dass viele Ex-Partner gerade durch ihre Enttäuschung selber in einen Modus der Entwertung fallen. Dass sie sagen, okay, wenn ich darüber nachdenke, war das mit meinem Borderline-Partner alles Mist. Ja, wenn ich das im Nachhinein reflektiere, war da gar nichts Gutes dran. Und ich verteufele jetzt Menschen mit Borderline, meinen Partner oder Borderliner ganz generell. Aber gerade das, mein Lieber, meine Liebe, ist doch auch eine Form von Entwertung. Ich bin mir sehr sicher, du hast schöne Momente mit deinem Borderline-Partner gehabt. Ich bin mir sehr sicher, dass auch dein Borderline-Partner schöne Seiten hat. Sonst hättest du dich doch nicht verliebt. Ja, also mach nicht den gleichen Fehler, den Menschen mit Borderline. Ja, unbewusst machen und entwerte jetzt deinen Partner. Sei dankbar für die gute Zeit, die du gehabt hast. Hey, gehe nicht selber auf einen Rachefeldzug und falle nicht auf den Mythos rein, dass Borderline-Liebe nicht echt wäre. Mythos Nummer 2. Ja, Borderliner spielen ein Psychospielchen. Borderliner planen eine gesamte Beziehung schon von Anfang bis Ende durch, um Fallen zu stellen für ihre Partner, um sie auszurauben. Wir sehen, dass dieser Mythos ganz eng zusammenhängt mit dem Mythos Nummer 1. Da möchte ich dir sagen, das ist absoluter Unsinn. Wir schauen hier zum Beispiel mal in die offiziellen Diagnose-Kriterien im DSM 5 Sektion 3. Hier finden wir mehr oder weniger die Aussage, dass Borderliner es sehr, sehr schwer haben, überhaupt voraus zu planen. Ja, das ist ganz wichtig, dass Borderliner impulsiv sind. Ja, das ist eine emotional impulsive Persönlichkeitsstörung. Dass Borderliner große Probleme haben, langfristig Interessen zu folgen, langfristig bei einer Sache zu bleiben. Ja, dass sie auch sehr instabil sind in ihren eigenen Motiven, in ihrer eigenen Persönlichkeit und so weiter und so fort. Und da möchte ich dich fragen, wenn diese ganze Impulsivität, Instabilität, ja, das nicht durchziehen können irgendwelcher Planungen, wenn das schon ein Diagnose-Kriterium ist. Glaubst du, dass dann ausgerechnet diese Menschen es schaffen, wie ein Drehbuchautor im Kino eine ganze Beziehung zu planen von Anfang bis Ende und dich in irgendeinem Psychospiel zu verwickeln, wie du das aus einem Film kommst? Ich bitte dich, das ist mit absoluter Sicherheit nicht der Fall. Ja, auch Menschen mit Borderliner neigen zu Manipulationen. Das wissen wir. Auch das muss man ehrlicherweise sagen, finden wir in den Diagnose-Kriterien im ersten Kriterium des DSM-5, ja, verzweifeltes Bemühen verlassen werden oder vermutetes Verlassen werden zu verhindern. Ja, verzweifeltes Bemühen, da ist auch Manipulation drin. Wir finden auch sonst in der Literatur, dass Menschen mit Borderline zu Manipulationen neigen. Aber es ist kein großer Psychofilm, das ist eher eine situative Manipulation, die diese Menschen in ihrer Vergangenheit, in ihrer Kindheit ein Verhalten erworben haben, um sich das Überleben irgendwie zu sichern. In einer Umwelt, in einem Elternhaus zum Beispiel, das ihnen feindlich gegenüber gesonnen ist, einem alkoholkranken Elternteil zum Beispiel so zu manipulieren, dass man irgendwie doch noch an sein Abendessen kommt, ja, und nicht vielleicht geschlagen wird, ja, nicht vielleicht ganz schlimm missbraucht wird. Natürlich, wir können uns vorstellen, dass diesen Menschen die Manipulationen irgendwann einmal genutzt haben. Und es ist eine eher situative Manipulation. Das ist keine Manipulation, die jetzt langanhaltend angelegt wäre. Das kann ich dir wirklich versichern. Ich kann dir auch sagen, dass viele, viele Menschen mit Borderline mir E-Mails schreiben oder auf Instagram Coaching-Anfragen machen und mich fragen, Hey, ich bin gerade in einer Beziehung und mein Freund macht das und das. Ich weiß, das gar nicht einzuordnen. Ich bin überfordert mit meiner Beziehung. Ja, überfordert. Ja, das ist ganz wichtig, das hier einmal festzuhalten. Menschen mit Borderliner sind schlicht überfordert häufig in ihren Beziehungen. Ob ich ihnen nicht einen Ratschlag geben kann, ob ich ihnen nicht weiterhelfen kann, ob ich ihnen nicht irgendwie neue Sichtweisen zeigen kann, eine neue Betrachtungsweise auf die Beziehungssituation. Sonst würden sie doch mich nicht um Rat fragen, was sie in der Beziehung machen sollen, dass das alles bitte noch zu einem guten Abschluss kommt. Ja, das sollte man sich wirklich einmal überlegen. Letztlich bleibt natürlich die Frage, warum laufen Borderline-Beziehungen häufig immer nach dem gleichen Muster ab? Ja, wir sehen immer und immer wieder aus Erfahrungsberichten im Internet, ja, und auch in der Literatur, dass Borderline-Beziehungen immer, oder zumindest sehr, sehr häufig gleich ablaufen, nach einem gleichen Schema. Würde das nicht bedingen, dass der Mensch mit Borderline das alles plant? Nein, warum nicht? Weil Menschen mit Borderline, die diese Diagnose bekommen haben oder verdient haben oder beides, natürlich durch einen Diagnosetrichter gegangen sind. Im DSM-5 zum Beispiel haben wir neun Kriterien, von denen mindestens fünf erfüllt sein müssen. Das bedeutet, obwohl immer wieder gesagt wird, ja, kein Borderliner ist wie ein anderer, ja, und man darf da nicht pauschalisieren. Ich habe es schon in anderen Videos gesagt. Leute, das ist meiner Meinung nach schon die größte Pauschalisierung an sich. Wir sollten ehrlich sein. Menschen mit Borderline sind untereinander sich natürlich ähnlicher als im Vergleich zu einem Nicht-Borderliner, weil ja eben alle nur deswegen Borderline heißen, weil sie durch den Trichter einiger eng umgrenzter Eigenschaften gegangen sind. Und wir wissen aus der Literatur, wir kennen alle diesen Klassiker, ich hasse dich, verlass mich nicht. Ich mache euch hier mal eine Einblendung, dass Menschen mit Borderline sehr, sehr häufig eben nach einem Schüssel-Schloss-Prinzip mit Partnern zusammenkommen, die eine komplementäre Störung haben, ja. Es muss ja nicht unbedingt eine Persönlichkeitsstörung sein, aber zum Beispiel ein koophängiges Syndrom. Das heißt, dass auch die typischen Partner von Borderline, schaut euch übrigens dazu mein Video an, die typischen Eigenschaften von Borderline-Partnern, auch untereinander alle ähnlicher sind, als es im Vergleich zu nicht-typischen Borderline-Partnern wären. Ja, und dann haben wir schon zwei Menschen, ja, die beide durch so einen Trichter bestimmter Eigenschaften gegangen sind und dann werden natürlich beide in einer chemischen Reaktion auch nach einem gewissen Klischee oder nach einem abzusehenden Muster miteinander interagieren. Und am Ende kommt das raus, was wir eben häufig sehen. Das bedeutet aber nicht, ich sage es noch einmal, dass Menschen mit Borderline irgendein Drehbuch schreiben und deine Beziehung schon vorausgeplant haben, ja. Irgendjemand im Kino, der ein Jahr lang an irgendeinem Drehbuch schreibt und der Borderliner macht das mal eben in einer Woche. Ja, meine Lieben, und somit kommen wir gleich zu Mythos Nummer 3. Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung hätten extreme narzisstische Anteile, wären alle narzisstisch. Borderliner sind Narzissten sehr, sehr ähnlich. Ja, das ist ein Mythos, der auf den Herrn Otto Kernberg zurückgeht. Eine absolute Koryphäe auf dem Bereich von Borderline-Persönlichkeitsstörungen, ja. Der hat die Theorie entwickelt, dass Menschen mit Borderline und Narzissten eigentlich ein und das Gleiche wären, Narzissten aber schlicht und ergreifend noch etwas hochfunktionaler wären, weil Narzissten ja eben die narzisstischen Abwehrstrategien hätte, wie Fremdbeschuldigungen, ja, und so weiter und so fort. Wir kennen das alles, um ihr eigenes Selbstbild zu stabilisieren. Also Narzissten wären Borderliner, die sich gewisse narzisstische Abwehrstrategien draufgeschafft hätten, um ihr eigenes Selbst zu stabilisieren, werden somit auch noch etwas hochfunktionaler als der Borderliner. Dazu muss man sagen, das ist nur eine Theorie von diesem Herrn Kernberg, die inzwischen eigentlich als widerlegt gilt. Ja, das ist ganz wichtig. Ich mache euch hier zum Beispiel eine Einblendung aus einem Fachbuch, von einem Fachverlag, ein kleines Büchlein, das dazu nochmal ganz klar sagt, dass wir heute, dass neuere Modelle davon ausgehen, dass Borderline-Trauma-Folgeschädigungen sind, ja. Dass Menschen mit Borderline in ihrer Kindheit zum einen massive Traumata erlitten haben, auf der anderen Seite dann, wenn sie sich an ihre Bezugspersonen gewendet haben, dann mit diesem Trauma, nach dieser Trauma-Erfahrung zum Beispiel, an die Eltern eventuell von diesen Eltern auch noch zurückgewiesen wurden und so eine extreme Beziehungsstörung im Borderline-Niveau sich ausgebildet hat, als Reaktion auf das, was dort passiert ist. Das ist aber absolut nicht deckungsgleich mit dem, was Kernberg behauptet. Ja, Kernberg war Psychoanalytiker und sagt, Narzissmus-Borderline entsteht durch einen Konflikt, einen nicht aufgelösten Konflikt im ganz kleinen Kind der Selbstidealisierung und der Idealisierung der Eltern und so weiter und so fort, interessiert uns jetzt nicht. Fakt ist nur, diese Theorie gilt als veraltet. Menschen mit Borderline, die Borderline-Persönlichkeitsstörung hat nichts zu tun mit Narzissmus, nichts. Es ist tatsächlich so, dass alle Menschen in gewisser Weise narzisstische Anteile haben. Man muss hier aber sagen, dass dieser Sprech, ja, den darf man auch nicht falsch verstehen. Das ist ein psychologischer, psychoanalytischer Jargon. Narzisstische Anteile zu haben, ist auch erstmal in diesem Jargon nichts Schlechtes. Das wird häufig falsch verwendet und natürlich dann auch von den Zuschauern oder Lesern dieser Bücher falsch verstanden. Positiver, ein positiver Narzissmus, positive narzisstische Eigenschaften zu haben, gehen einfach da einher mit einem stabilen Selbstbild und sind auch wichtig dafür, langfristige, positive, stabile Sozialbeziehungen führen zu können. Erst in der gesteigerten Form eines pathologischen Narzissmus haben wir zum Beispiel eine negative Persönlichkeitsstörung, die wir Narzissmus nennen. Schaut euch dazu meine Videos an, meine Lieben. Mythos Nummer 4. Menschen mit Borderline sind alles weiblich. Ja, das sind alles Frauen. Guckt euch die Frauen an. Viele Frauen sind Borderliner und Borderliner sind alles Frauen. Das ist etwas, das wirklich nicht stimmt. Es stimmt, dass es mehr weibliche Betroffene zu geben scheint. Das Verhältnis liegt in etwa bei 2 zu 1. Ja, das heißt, zwei Drittel aller Betroffenen scheinen weiblich zu sein. Wenn wir das mal umformulieren und konkretere Zahlen nennen, es wären 66 Prozent. Und da möchte ich sagen, das ist fast nur die Hälfte. Es wäre häufig gefragt, wo sind denn aber die ganzen männlichen Borderliner? Es gibt so wenig Material zu männlichen Borderlinern. Tatsächlich stimmt das. Männliche Borderliner halten sich häufig sehr, sehr bedeckt. Ich weiß das unter meinen Zuschauern. Einige Männer mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sind. Wir hören aber häufig Fallbeschreibungen über Frauen. Und wir hören tatsächlich auch wenig Männer, die über ihre eigene Borderline-Störung sprechen. Ich habe hier auch zum Beispiel mal ein Video tatsächlich gemacht von einem Borderline-Betroffenen, der gerade Vater geworden ist und mich um Rat gefragt hat in einer Zuschauergeschichte. Ich denke aber, das hängt auch einfach damit zusammen, dass Borderline als Frauenstörung verschrien ist. Auch wenn es ein Mythos ist und deswegen vielen Männern es schwerer fällt, zu sagen, hey, ich habe eine Borderline-Störung, als es Frauen eventuell aus dem Munde fährt, zu sagen, ich bin Borderline. Ja, ich denke, das könnte ein Grund sein. Wenn ihr noch andere Gründe kennt, andere Vermutungen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Und wenn du ein männlicher Borderliner bist, schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Mythos Nummer 5. Borderliner haben eine gute Empathie. Das ist ein Mythos, den muss ich einfach in dieses Video mit aufnehmen. Erstens, weil er so, so häufig erzählt wird, weil er zweitens einfach falsch ist. Und drittens, ja, sonst heißt es ja wieder, ich lasse die Borderliner zu gut wegkommen. Ich wäre der weiße Ritter der Borderliner. Ja, wer meine Videos kennt, der weiß. Es werden hier immer alle Syndrome kritisch besprochen. Ja, wer eine schlechte Empathie hat, sich aber immer selber sagt, ich habe eine gute Empathie und das vielleicht auch selber glaubt, der wird natürlich nie an sich arbeiten. Leute, ich habe das schon selber durch, was das Thema Autismus anbelangt. Auch ich habe mal gedacht, hey, ich habe ja so eine gute Empathie, bis ich festgestellt habe, es stimmt einfach nicht. Und erst das war für mich der Schlüssel, an diesem Thema aktiv zu arbeiten. Und das hat mich wirklich in vielerlei Hinsicht im Leben und in der eigenen Entwicklung vorangebracht. Ja, meine Lieben, ich habe es auf diesem Kanal schon oft gesagt. Menschen mit Borderline haben keine wirklich gute Empathie. Menschen mit Borderline sind gute Analysten, können ihren Gegenüber gut scannen, sind immer dazu auch geneigt, ihre Umwelt zu scannen, auf der Suche nach möglichen Bedrohungen, wer will mir wieder was Schlechtes, wer will mich übers Ohr hauen und so weiter und so fort. Und ich habe es auch schon gesagt, diese Empathie ist aber in aller Regel eine relativ oberflächliche Empathie, die nicht wirklich in die Tiefe geht, die nicht wirklich am eigenen Leib fühlt. Was fühlt mein Gegenüber? Das wird offensichtlich, wenn ein Mensch mit Borderline-Rache an irgendjemanden nimmt oder schadenfroh ist, wenn irgendjemandem etwas passiert, von dem der Borderline-Betroffene glaubt, der hätte das verdient, weil er hat mir in der Vergangenheit einmal Unrecht getan. Ja, meine Lieben, niemand würde Rache an irgendjemandem nehmen oder könnte tatsächlich aus tiefstem Herzen schadenfroh sein, wenn er so empathisch wäre, das Leid seines Gegenübers dann zu spüren. Ja, bitte arbeitet euch in dieses Thema mal ein, wenn ihr selbst Betroffene seid. Ich habe hierzu schon unzählige Videos gemacht. Ich möchte mich nicht nochmal zu ausführlich an dieser Stelle wiederholen und meine Stammabonnenten, meine Stammzuschauer langweilen. Ich mache euch hier noch einmal zwei Einblendungen. Einmal tatsächlich von Otto Kernberg. Ja, wie gesagt, er ist eine Choryphäe im Bereich Borderline und eine Einblendung aus der Fachliteratur zum DSM 5 Sektion 3, wo wir die Defizite mit der Empathie bei Menschen mit Borderline-Störungen wirklich in den Diagnose-Kriterien haben. Das ist mir sehr wichtig, dass auch ihr wisst, dass ich mir das jetzt nicht ausdenke, um irgendwie euch etwas Böses anzuhängen, über Menschen mit Borderline herzuziehen. Das ist mit absoluter Sicherheit nicht der Fall. Nutzt diese Information, arbeitet euch in die Thematik ein. Du hast dieses Video mit Sicherheit nicht angeklickt, wenn du nicht generell an dir arbeiten wollen würdest, wenn du nicht auf Selbstsuche wärst. Deswegen nutze diese Chance und beschäftige dich mit dem Thema Empathie bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ja, meine Lieben, und dann haben wir noch die Mythos Nummer 6. Dieser Mythos hängt ganz eng zusammen mit dem, was ich gerade gesagt habe, die Arbeit an sich selber. Mythos Nummer 6 lautet, Borderline ist unveränderbar. Einmal Borderline, immer Borderline. Das ist eine riesige Falschinformation. Das wissen wir mit absoluter Sicherheit. Borderline ist, ich möchte einmal sagen, heilbar, zumindestens aber extrem veränderbar. Es gibt da inzwischen sehr viele neue Studien. Teilweise gibt es Studien, die sagen, bis zu 100% der Menschen mit Borderline werden nach 10, 15 Jahren unter die Diagnoseschwelle fallen, weil sie einfach keine 5 Kriterien mehr zusammenbekommen, damit die Diagnose nochmal gestellt werden könnte. Das ist so, so wichtig. Früher hat man angenommen, dass Persönlichkeitsstörungen in Stein gemeißelt wären. Ja, heute weiß man. Ich mache euch jetzt hier die Einblendungen aus der Fachliteratur. Bitte checkt das, ja. Ich möchte euch auch Mut machen. Ich möchte euch auch sagen, hey, macht eine Therapie. Macht vielleicht nochmal eine Therapie. Coacht euch selber. Ja, schaut euch auch meine Videos an. Schaut euch andere Videos an. Ja, das Leben wird besser. Ab 30, 35 weiß man geht es mit Menschen mit einer Borderline-Störung signifikant voran. Denn Persönlichkeitsstörungen, insbesondere Borderline, sind höchst veränderlich. Es gibt auch hier eine, sehen wir zum Beispiel bei Spektrum der Wissenschaft, dass 85% der Menschen mit Borderline im Schnitt, um nochmal eine andere Quelle zu nennen, nach 10 Jahren unter die Diagnoseschwelle fallen. Ja, meine Lieben. Und auch der neue ICD-11, zu dem ich schon ein Video gemacht habe, Borderline-Persönlichkeitsstörung im neuen ICD-11. Schaut euch dieses Video an oder schaut euch mein Video an zur Persönlichkeitsstörung generell im ICD-11. Das sind die ersten beiden Videos zu dieser Thematik im deutschsprachigen Raum auf YouTube. Herr, meine Lieben, wir sind hier die Ersten. Und der ICD-11 geht doch davon aus, die ganze Geschichte mit den Persönlichkeitsstörungen wurde im ICD-11 doch nur völlig umstrukturiert im Vergleich zum ICD-10, weil man heute weiß, weil man offiziell davon ausgeht, dass Persönlichkeitsstörungen extrem plastisch und veränderbar sind. Und somit durch Persönlichkeitsentwicklung, Eigenmotivation ist da sowieso wichtig und durch Therapie sich so viel verändern lässt. Und nochmal, ein erheblicher Anteil aller Borderline-Betroffenen fällt nach 10 bis 15 Jahren nach der Diagnosestellung unter die Diagnose-Schwelle. Damit das aber möglich wird, bitte lass dich vor allen Dingen nicht demotivieren von irgendwelchen Leuten, die dir was anderes erzählen. Ich hatte letztens einen Kommentar von einer selber Betroffenen, die hat mir unter meinen Videos, wo ich auch wirklich die Fachquellen genannt habe, wo ich gezeigt habe, Leute, so und sind die Sachen, ich denke mir das nicht aus, hat mir geschrieben, das ist doch alles Quatsch, Borderline ist unveränderbar. Das hat mich sehr, sehr traurig gemacht, ja, denn was sendet das für ein Signal an die Welt? Meine Lieben, es gibt natürlich Betroffene, die sind sehr, sehr massiv betroffen. Ich möchte hier ja auch nicht lügen. Natürlich wird es einen geringen Teil von Betroffenen geben, die ja ein Leben lang extrem an ihrer Störung leiden. Aber der überwiegende Teil wird massive Linderung erfahren und das ist insbesondere wiederum der Teil, der an sich selber arbeitet, der mutig ist, der ran an die Buletten geht. Meine Lieben, lasst euch bitte nicht entmutigen. Ja, das wäre mir ein Anliegen aus tiefstem Herzen. Ja, und damit sind wir durch, meine Lieben, sechs Mythen über Menschen mit einer Borderline-Störung. Ich hoffe, dass dir dieses Video weitergeholfen hat, dass es dich zumindest inspiriert hat, im Worst Case ein bisschen unterhalten hat. Wenn dir diese oder ähnliche Videos gefallen, zusagen, abonniere natürlich gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Schau dir meine unzähligen anderen Videos an zum Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung, Persönlichkeitsentwicklung sowohl für Angehörige von Borderlinern als auch für Betroffene selbst. Da habe ich sehr, sehr viele Videos schon gemacht. Wenn du mich und dieses Projekt, meine Arbeit hier unterstützen möchtest, werde sehr, sehr gerne auch Kanalmitglied. Da kannst du mich auf meinem Lebensweg ein Stück begleiten. Da freue ich mich natürlich von Herzen drüber. Für heute soll es das wirklich gewesen sein. Meine Lieben, ich wünsche euch alles Gute auf eurem Lebensweg. Für dich, für deine Liebsten, für deine Persönlichkeitsentwicklung, whatever. Und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal.